Wir haben noch zehn Jahre, in denen entschieden wird, wie die nächsten 10.000 Jahre für den Rest der Menschheit laufen. Und deswegen sind wir die erste Generation, die mitkriegt, wie dramatisch die Klimakrise auch in Deutschland ist. Und wir sind die Letzte, die was daran ändern können. Hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Ich bin Arzt, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich bin Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich möchte heute zum Greater Festival einen Gedanken beitragen, der seit drei Jahren mein Leben bestimmt. Und es klingt etwas pathetisch, aber eine Frau hat mein Leben verändert. Sie, Jane Goddard. Jane Goddard wurde weltberühmt als Schimpansenforscherin, aber sie ist viel mehr als das. Sie ist wahrscheinlich die berühmteste Umweltaktivistin der Welt. Ich hatte die Chance, sie zu interviewen für meine Zeitschrift Hirschhausen, Sternengesundleben. Und mitten im Interview hat sie mich überrascht. Sie zeigte mir einerseits, wie sich Affen begrüßen. Und dann schaute sie mich aus ihren weisen und etwas melancholischen Augen an und sagte, Wenn wir Menschen immer behaupten, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Ich habe dreimal geschluckt. Ich hatte keine patente Antwort. Und deswegen stelle ich euch diese Frage in dieser genau gleichen Radikalität, mit der Jane mich im Herzen getroffen hat. Denn ich halte das für die wichtigste Frage in diesem 21. Jahrhundert. Wenn wir so schlau sind, warum zerstören wir unser eigenes Zuhause? Ein Vortrag vor einer Kamera vor einem virtuellen Publikum ist nicht das, was ich normalerweise mache. Normalerweise stehe ich auf deiner Bühne und genieße die direkte Interaktion. Und dann mache ich mit dem Live-Publikum gerne ein kleines Spiel. Ich sage, Hand hoch, wer von Ihnen, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Und dann gibt es immer eine kleine Pause, weil die Leute denken, wie meint er das? Und es gibt auch ein verstohlenes Lachen. Und dann sage ich, Betonung auf regelmäßig. Also nicht aus Versehen, nicht aus einem Affekt oder Infekt heraus, sondern wirklich mit Vorsatz. Keiner von uns kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer. Warum eigentlich nicht? Wir wüssten, wie es geht. Wir könnten es uns leisten. Wir machen das nicht, weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Wir wollen da keinen Scheiß. Weder den von uns, noch den von anderen. Ich bitte euch jetzt einmal in Gedanken, in euer Wohnzimmer zu gehen. Vielleicht seid ihr da sowieso gerade. Da gibt es eine Tür, da gibt es ein Fenster. Wenn ihr Fenster, Tür und Herz öffnet, dann ist uns doch allen sofort klar, das hier, das ist unser aller Wohnzimmer, Mutter Erde. Der einzige Planet im ganzen bekannten Universum mit Wasser, mit Luft, mit bislang erträglichen Außentemperaturen. Und um wirklich alle hier zur späten Stunde noch zu begeistern, es ist der einzige Planet im ganzen Universum mit Kaffee, Schokolade und Sex. Es wird nirgendwo besser. Ich habe Alexander Gerst gesprochen. Er dachte als junger Astronaut, der Weltraum ist der besondere Ort. Er sagte mir dann, als er oben war, hat er verstanden, das Spannende ist eigentlich zurückzuschauen auf die Erde und zu verstehen, das hier ist der allerbesonderste Ort im ganzen Universum. Und von außen betrachtet waren wir immer schon im Homeoffice. Die Atmosphäre, und das ist auch wichtig, dass wir verstehen, wie unsere Sinne uns oft täuschen, die ist hauchdünn. Sie ist so dünn wie die Haut von einem Apfel und genauso schnell verletzt. Die Atmosphäre ist eben nicht unendlich, wie unsere Sinne uns manchmal das vorgaukeln. Wenn wir in den Himmel schauen, an einem klaren Tag, denken wir, ey, wo ist denn das Problem? Das verdünnt sich, das geht alles irgendwie in Luft auf. Und wir verstehen nicht, wenn wir über Emissionen, über Treibhausgase sprechen, dass die Tonnen schwer sind. CO2 wird in Tonnen gemessen. Und alles, was wir da hochschicken, fällt uns wieder auf die Füße. Die Atmosphäre ist dieser ganz, ganz dünne und fragile Saum von Leben, der uns schützt vor einem kalten, leeren und sinnlosen Universum. Und wenn wir die abfacken, dann schaden wir uns selber. Und das war mir so wichtig, einmal zu verstehen, wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft. Und das ist eigentlich, seit die Menschen aus dem Weltall einmal zurückgeschaut haben, einmal diese Reflexion haben konnten, die wichtigste Idee. Wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht. Ich habe auf meiner Reise zu meinem aktuellen Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, spirituelle Paten gehabt. Das eine war Jane. Und dieser Mann hat mich auch sehr beeindruckt, Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er hat mit dem Club of Rome bereits in den 70er, 80er Jahren vorausgeschaut. Und deswegen ist mir auch wichtig, weil ich Arzt und Wissenschaftsjournalist bin, dieser eine Gedanke, research shows that showing people research doesn't work. Nur durch Wissenszuwachs alleine verändern wir nicht Verhalten. Also was hat gefehlt, obwohl die Warnungen da waren? Visualisierung. Bilder, die uns bewegen. Bilder, die uns wirklich auch ins Handeln bringen. Deswegen mag ich auch diese Idee von den Warming Stripes. Denn auch ohne viel über Klimawissenschaft zu verstehen, jeder sieht sofort, es wird röter, es wird wärmer. Und deswegen habe ich diesen Farbverlauf auch bei meinem Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, grafisch versucht darzustellen. Ich hoffe, das sieht die Kamera. Aber es ist genau der Verlauf, in dem wir mittendrin sind. Wir haben heute schon mehr als zwei Grad über dem Durchschnitt vor der industriellen Zeit. Und warum habe ich immer noch Hoffnung? Weil ich glaube, wir sind 2021 genau in einem Social Turning Point. Wir sind an einem historischen Wendepunkt. Das macht es auch so aufregend, aber es ist auch dringlich. Als Arzt habe ich gelernt, erst die Diagnose, dann die Therapie. Wir brauchen aber eine Idee, wo wir hinwollen. Und deswegen habe ich versucht, das Ganze auch humorvoll anzugehen. Drei Krisen zum Preis von zwei klingt so wie ein Marketing-Gag. Es meint aber, dass die Pandemie, mit der uns jetzt über 15 Monate verbinden, die Klimakrise und das Artensterben ganz, ganz eng zusammengehören. Könnten wir es schöner haben als jetzt? Ja, unbedingt und gesünder. Wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns. Und warum sage ich das so deutlich? Weil man natürlich nach Paul Watzewick man sich auch fragen kann, if something doesn't work, do something different. Warum haben wir denn so lange gewusst, was Sache ist und nichts getan? Weil wir immer uns emotional distanziert haben. Räumlich, zeitlich. Wir haben gesagt, das ist ein Problem von Eisbären. Das ist ein Problem von Inselstaaten irgendwo im Pazifik mit dem Meeresspiegel. Das ist ein Problem der Atmosphäre, aber doch nicht für uns. Und deswegen braucht es Aha-Momente, wo man aufwacht. Und die sind nicht immer lustig. Mein erster Aha-Moment, den habe ich schon mit euch geteilt. Das war die Begegnung mit Jane Goddard. Der zweite Aha-Moment war 2018, dieser Hitzesommer, wo ich nächtelang nicht schlafen konnte. Ich dachte, wenn das jetzt Standard ist und immer heißer wird, wo führt das hin? Und mir war auch klar, dass das, was wir in Europa erleben, natürlich nur ein Bruchteil von dem ist, was Menschen im globalen Süden heute schon an Klimafolgen zu erdulden und erleiden haben. Globale Gesundheit ist inzwischen mein Steckenpferd geworden. Global hieß früher immer irgendwo anders, nur nicht hier. Aber global heißt heute hier und jetzt. Und ich glaube, wir müssen uns angewöhnen, diesen Balanceakt zwischen die Natur lieben und sie schützen hinzubekommen. Deswegen habe ich radikal gedacht, wie kriege ich diese komplexen Welten verbunden. Und dazu habe ich mich daran erinnert. Womit kenne ich mich aus mit dem menschlichen Körper? Jeder, der zuschaut, hat einen, hoffentlich. Und auch noch eine Seele. Und deswegen von der seelischen Gesundheit, von dem Sorgen und Entsorgen über unserem Kopf, über das Aufwärmen und Abkühlen, über das Reden und Zuhören, Einatmen und Ausatmen, jeder von den ganz, ganz basalen Dingen, die wir alle tun, weil wir Menschen sind, ist in Gefahr. Und weil wir gerade auch über die Kosten der Corona-Krise uns gerade aufregen, wer meint, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein ganzes Geld zu zählen, während er seinen Atem anhält. Was wir tun, ist nicht immer schlau. Das nennt sich kognitive Dissonanz. Wir können wunderbar Dinge verdrängen, die uns nicht passen. Und dieses Foto hat mir Harald Lesch geschenkt. Er hat es gefunden bei einem amerikanischen Golfclub. Und die Poster bei Facebook waren sogar noch stolz, dass die Leute auf dem Golfplatz erstmal die Runde zu Ende spielen, bevor sie sich um die Priorität, nämlich den brennenden Wald, kümmern. Aber ganz ehrlich, jeder von uns hat diese Angewohnheit zu denken, okay, ich habe so viele wichtige Dinge gerade zu tun. Welt retten, wann anders. Die Dringlichkeit war mir selber bis vor drei Jahren nicht bewusst. Wir haben noch zehn Jahre, in denen entschieden wird, wie die nächsten 10.000 Jahre für den Rest der Menschheit laufen. Und deswegen sind wir die erste Generation, die mitkriegt, wie dramatisch die Klimakrise auch in Deutschland ist. Und wir sind die Letzte, die was daran ändern können. Und einerseits sind wir so gesegnet wie noch keine Generation vor uns. Wir leben so lange so gesund, so geimpft, so gebildet wie noch niemand vor uns. Unsere Großeltern hätten uns beneidet um das, was wir heute haben. Wir leben im Schnitt 15 Jahre länger als die. Und gleichzeitig sind wir massiv gefährdet. Und das ist schwer in unserem Kopf auszuhalten. Und deswegen lohnt es sich mal, von hinten das Pferd aufzuzäumen. Deswegen ein kurzer Gedanke aus meinem Bühnenprogramm Endlich. Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Und wenn wir vom Tod her denken und uns eh klar ist, dass wir das ganze Zeug nicht mitnehmen können, was wir gesammelt haben, warum sammeln wir es dann? Und ihr werdet in dem Buch auch eine Menge zu lachen finden, denn ich bin ja selber, wie soll ich sagen, also wenn Leute in mein Büro kommen, dann sagen die oft erstaunt, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Dann sage ich, Entschuldigung, ich bin auch kein Messi. Ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich finde, dabei hält man ein bisschen was von seiner Würde. Wer loslässt, hat zwei Hände frei, heißt es dann. Das ist so ein Satz aus dem Freeclimbing-Bereich. Aber auch im Umgang mit Zeug hat er eine tiefe Bedeutung. Wir haben planetare Grenzen. Und wenn wir die überschritten haben, gibt es kein Zurück mehr. Und auch das ist schwer für unseren Kopf zu begreifen. Aber vielleicht müssen wir es gar nicht so kompliziert machen. Einfach fünf Sätze. Die Klimakrise ist real und gefährlich. Wir Menschen sind die Ursache. Wir Menschen können etwas ändern. Die Fachleute sind sich einig. Und es gibt noch Hoffnung. Wenn wir uns darauf einigen können, dann erreichen wir die Mitte der Gesellschaft. Dann kommt dieser Diskurs raus aus einer linksgrün versifften Öko-Ecke. hin, dorthin, wo er hingehört. Nämlich in jedem Haushalt, an jeden Tisch, an jede Generation. Ich habe für das Buch zusammengearbeitet mit der genialen Grafikagentur Katapult aus Greifswald. Ich liebe dieses Bild. Natur aus Sicht des Menschen, Natur aus Sicht der Natur. Erkennt ihr uns da? Da sind wir Teil von dem Ganzen. Und es geht ja los bei unserer Sprache. Wir reden von Umwelt. So als wäre die Welt um uns herum nur für uns da. Bullshit. Habt ihr zu Hause Umbewohner oder habt ihr Mitbewohner? Wir sind viel stärker eingebunden in die Natur, als uns das vor Corona bewusst war. Warum kam Corona überhaupt? Weil wir den Wildtieren, und die Grafik ist hier nur ein Beispiel dafür, jeden Lebensraum abgestritten haben. Wir haben Regenwälder abgeholzt, in Rückzugsgebiete genommen. Wir haben sie gehandelt, gejagt, gegessen. Und das ist der Grund, warum Zoonosen, also Virenerkrankungen, die vom Tierreich auf den Menschen übertragen werden, immer häufiger und immer heftiger werden. Und wenn wir das nicht begreifen, One Health, Planetary Health, oder wie meine Stiftung heißt, gesunde Erde, gesunde Menschen, dass das zusammenhängt, dann sind wir selber die Leidtragenden. Wo wollen wir hin? Ich bin auch Botschafter, vielleicht habt ihr das gesehen hier, von der Agenda 2030, von der Idee der Vereinten Nationen zu sagen, was für Ziele haben wir als Weltgemeinschaft? Und ich bin für das Ziel globale Gesundheit unterwegs. Mir ist wichtig, dass man versteht, dass diese Ziele nicht alle gleichwertig sind, sondern unten die Biosphäre, wenn wir die Lebensgrundlagen mit Wasser, mit Erde, mit Luft, wenn wir die abfacken, dann kann die beste, teuerste Medizin nichts ändern. Wir haben am Anfang der Corona-Pandemie gedacht, oh, wir brauchen Beatmungsgeräte. Was wir dann gelernt haben, ist, wir brauchen auch Leute, die wissen, wie ein Beatmungsgerät funktioniert. Und wissen, wie man Patienten ansieht, wie es ihm geht. Der größte Engpass sind immer Menschen, und nicht Geräte. Was tun Menschen? Sie essen gerne Tiere. Als Komiker kann ich nicht anders, als mich darüber zu amüsieren, dass es in jedem Supermarkt ein Regal gibt mit Tiernahrung. Das ist ja ein Riesenmarkt. Dann gibt es einmal Futter für Kaninchen und in der Regalstufe drunter gibt es Hundefutter mit Kaninchen drin. Und beide, die das kaufen, denken, sie lieben die Tiere. Wenn man sich aber einmal klargemacht hat, jeder, der von uns kauen kann, braucht auch keinen Wiederkäuer zwischen dem Gras und ihm selber. Also Gras können wir nicht essen. Das habe ich hier auch mal versucht. Aber natürlich gibt es nomadische Völker, die angewiesen sind auf Nutztiere. Aber für jeden von uns gibt es 400 Nutztiere auf diesem Planeten. In den letzten 10.000 Jahren haben wir das Verhältnis von Menschen und Wildtieren komplett auf den Kopf gestellt. Von 1% Menschen vor 10.000 Jahren und 99% Wildtieren. Hinzu 1% Wildtiere, 33% Menschen in der Biomasse von Wirbeltieren und 2% sind Nutztiere von Menschen. Und die pupsen, die kacken, die machen diesen Planeten platt. Und wir tun alles, um da nicht hinzugucken. Gucken wir mal in ein kleines Suchbild. Was fehlt hier? Es fehlt Fleisch. Aber fehlt es uns wirklich? Ist es ein Verzicht, wenn wir uns nach der Idee der Planetary Health Diet ernähren? Nein. Es ist ein Gewinn an Lebensqualität. Es ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, Übergewichte und Überhitzung der Erde. Darauf verzichte ich doch gern. Gemüse ist gesund, Gemüsekisten nicht. Durch unseren Überkonsum erzeugen wir überall Plastikmüll. Und das war auch noch eines der Aha-Erlebnisse, wo ich einmal im Meer schwamm und plötzlich dachte, warum ist meine Schwimmbrille beschlagen? Ich habe die dreimal geputzt, bis ich kapiert habe, es war nicht meine Brille, sondern das Wasser vor meinen Augen war trüb von so viel Mikroplastik. Ich bin raus aus dem Meer, ich habe mich geekelt. Ich dachte, wie schlimm ist das, obwohl ich so gerne im Wasser bin, das ist mein Element, ich schwimme so gerne, vielleicht kennt ihr auch meine Pinguin-Geschichte, dass ich nicht einfach mehr ohne Sorgen ins Wasser springen kann, sondern denke, innerhalb von einer Generation ist etwas, was ein Lebenselixier ist, plötzlich zu einer potenziellen Gefahr geworden. Die Lösung gibt es. Zum Beispiel erneuerbare Energien. Und mich wundert, dass wir das immer noch so als ein technisches Problem ansehen, statt zu sagen, ey, der größte Vorteil von so einem Windpark ist, er stinkt nicht. Ich habe als Arzt noch Praktikum gemacht, in der Zeit, wo man mit Quecksilber-Thermometern Fieber gemessen hat. Wenn so ein Ding runtergefallen ist, dann wurde der niedrigste Hierarchiegrad, das war ich dann als Pflegepraktikant, geholt. Die Patienten wurden evakuiert, dann musste es all diese kleinen Kügelchen von Quecksilber einsammeln. Warum? Weil es wahnsinnig giftig ist. Haltet euch fest, dadurch, dass wir in Deutschland immer noch Braunkohle verbrennen, kommen sieben Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft, weil diese Kohle dreckig ist. Und wir regen uns darüber nicht auf. Die größte Gesundheitsgefahr auf diesem Planeten sind 8,8 Millionen Menschen sterben vorzeitig dran. Luftverschmutzung. An Corona bisher drei Millionen. Warum reden wir nicht über die viel, viel größere Krise, die Klimakrise mit all dem, was da dranhängt? Dann heißt es, oh, die Windräder sind gefährlich für die Vögel. Ja, für 100.000 vielleicht. Aber was sind die großen Killer? Hauskatzen, Glasscheiben. Wir reden oft an den realen Themen vorbei. Ich habe Peter Wohlleben interviewt und wir haben uns dann auf den Boden gelegt, um mal diesem einen Gedanken Raum zu geben, nämlich, wenn wir den Wald in Ruhe lassen, gibt es gar keinen Müll. Alles ist im Kreislauf. Und dann haben wir uns da hingelegt und kurz darüber nachgedacht, wie wäre das eigentlich, wenn wir hier lange genug liegen bleiben, dann wären wir wieder Teil von dem nächsten Baum. Dieses Foto habe ich gemacht und dachte, als Kind war ich beim Rummel immer begeistert von dieser Idee, man hat irgendwie geschossen oder Büchsen geworfen, dann hast du freie Auswahl. Und stellt euch vor, wie ist das, wenn man freie Auswahl hat und erst dann merkt, dass einem nichts von dem Zeug, was man gewinnen kann, gefällt. So kommt mir manchmal unser Leben im Hamsterrad vor. Und für den Hamster sieht ja das Hamsterrad von innen aus wie eine Karriereleiter. Stattdessen könnten wir in der Natur unseren Kopf freikriegen. Die Pinguin-Geschichte, die kennt ihr vielleicht, wenn nicht, guckt ihr mal bei YouTube. Das ist, glaube ich, meine berühmteste Geschichte und ich freue mich sehr, dass in diesem Bibliothek der Antarktis mein Buch jetzt als nächstes auch zu lesen sein wird. Ich möchte euch jetzt noch erzählen, warum ich glaube, dass wir als Ärztinnen und Ärzte politischer werden müssen. Mein Weckruf war Fridays for Future. Dann wurden die angegriffen, die sollen doch mal das Denken den Profis überlassen und dann haben 28.000 WissenschaftlerInnen unterschrieben und gesagt, das Anliegen der Jugendlichen ist völlig berechtigt. Was ich an Fridays mag, sie behalten ihren Humor. Klima ist wie Bier, warm ist Scheiße. Eigentlich alles gesagt. Gesundheitsberufe sind wichtig. Warum? Weil wir die neuen Krankheiten sehen, weil wir Leben schützen sollen, wir kommen selber ins Schwitzen, wir wollen Teil der Lösung sein und auf uns wird gehört. Ich mag dieses Chart, Vertrauen in Berufsgruppen, Politiker, Versicherungsvertreter, Werbeleute, Journalisten, Banker, Schauspieler, TV-Moderatoren und ganz oben Feuerwehrleute, Sanitäter, Krankenschwestern, Ärzte. Die Gesundheitsberufe haben ein Grundvertrauen. Meine Lieblingsgeschichte dazu aus Australien. Der kohleverliebte Premierminister kam zu einem Feuerwehrmann, der Wald brannte, Menschen kamen um, Tiere wurden qualvoll ihrer Lebensräume beraubt und er wollte so einen Handshake mit dem Feuerwehrmann machen. Macht sich gut. Und der Feuerwehrmann verweigerte im Premier den Handschlag und sagte nur einen Satz. Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Das hat gesessen. Und genau solche Sätze brauchen wir von den Menschen, die nah dran sind an anderen Menschen, die heute schon leiden. Deswegen war 2019 so ein wichtiges Jahr für den globalen Klimastreik. Plötzlich Millionen auf der Straße und ich durfte auf der Fanmeile endlich mal nicht nur Fußballfans, sondern Fans dieser Erde begrüßen. Wir haben die Charité mobilisiert, wir haben Health for Future, die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten hier zum Beispiel in Aachen am heißesten Tag des Jahres aktiviert mit dem Slogan 42 Grad gleich 112. Ich habe euch vorhin vom Fieberthermometer erzählt, das Ende bei 41 Grad. Warum? Für unser menschliches Hirn, ich habe immer eins dabei, ich hoffe ihr auch, hält nicht mehr aus. Unser Hirn macht Duster bei 42 Grad. Wir sterben. Warum? Weil es aus Eiweiß besteht unter Wasser. Wenn ihr schon mal ein Ei in heißes Wasser geworfen habt, dann passiert was. Es wird nämlich hart. Proteine verändern ihre Struktur und wenn es dann wieder abkühlt, wird es nicht plötzlich wieder weich. Es gibt irreversible Prozesse und genau das ist der Grund, warum 42 Grad ein medizinischer Notfall ist. Positiv formuliert, lasst uns doch darüber nachdenken, wie schön wir es haben könnten, wenn alle Städte wären wie Kopenhagen, wo man gerne gesund und geschützt auf dem Rad fährt, das doch kein Verzicht ist, ein Gewinn an Lebensqualität. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy, ja das stimmt, aber in allen anderen Tagen nicht. Und deswegen habe ich Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet und möchte mit euch noch ein kleines Gedankenexperiment machen. Warum distanzieren wir uns ständig von diesen Themen? Weil wir denken, wir haben noch Zeit. Wir reden über das Jahr 2050 und 2100, über Szenarien, dass es dann vielleicht zwei oder drei Grad, vielleicht sogar sechs oder mehr Grad heißer ist. Und das ist auf gut Deutsch die Hölle auf Erden. Ich glaube, diese Abstraktion löst sich sofort aus im Mitgefühl für die Nächsten und auch die Übernächsten, wenn wir uns klar machen, dass ein Kind, das heute geboren wird, 2050 erst 29 Jahre alt ist, vor der Entscheidung steht, selber Kinder zu bekommen. 2100 könnte dieses Kind Anfang 80 sein und sich überlegen, bin ich jetzt ein glücklicher Opa, eine glückliche Oma, schaue ich zurück auf ein erfülltes Leben. Und ich wünsche allen, die dann noch kommen mögen, genau diese gleiche Fülle, dieses gleiche unbeschwerte Leben, was meine Generation hatte. Und deswegen Gesunde Erde, gesunde Menschen, meine Challenge für euch. Ich habe euch erzählt, dass ich mit Jane Goddard, mit einem Menschen in einer Begegnung plötzlich ein neues Lebensthema gefunden habe. Und deswegen frage ich dich, wenn wir uns klein und arm und unbedeutend fühlen, dann ist das gelogen. Denn jeder von uns kann Teil der Lösung werden. Und jeder von uns kennt jemand, der ein bisschen mächtiger ist als wir selber. Wer ist das in deinem Leben? Wen könntest du bewegen, der was bewegen kann? Und deswegen geh jetzt mal in Gedanken systematisch durch dein Adressbuch, durch deinen Hinterkopf, durch die Straße, in der du wohnst, durch die Bilder aus deiner Schulzeit, mit wem du Kontakt hattest. Vielleicht auch über die Kinder. Kennst du jemanden, der auch in einem Verein ist, in einer Partei, Journalist, der Vermögen hat. Und Vermögen heißt nicht nur Geld, sondern er vermag etwas zu bewegen. Und wenn du mir das schreibst, zum Beispiel auf meiner Social Media Präsenz mit gesunde Erde, gesunde Menschen oder auch Eckart von Hirschhausen, dann freue ich mich unter allen, die mitmachen, werde ich dann auch Bücher verlosen. Bin gespannt, ob diese Challenge einen kleinen Impuls jetzt in die Welt schickt. Denn die Welt kann es brauchen. Danke. 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 Danke.